Die selbsternannte Volksrepublik Donetsk in der Ostukraine hat nach der Region Luchansk jetzt auch ein umstrittenes Referendum für den Beitritt zu Russland angesetzt. Die Abstimmung werde vom 23. bis 27. September abgehalten, teilte die Volksversammlung am Dienstag mit. Zugeschaltet aus Moskau ist mir jetzt Christoph Wanner. Christoph, wie ist dieses Referendum einzuschätzen? Also wir haben jetzt diese bevorstehenden Referenten in Lugansk und Donetsk. Diese beiden ukrainischen Provinzen bilden ja den Donbass und dann werden noch in meinen Augen zwei weitere Referenten dazukommen. Und zwar Südukraine, Provinz Saporoshe und Provinz Herson. Herson steht wohl zu 95 Prozent unter russischer Kontrolle Saporoshe circa zu 70 Prozent. Donetsk zu 60 Prozent und Lugansk wohl zu 100, vielleicht aber auch nur zu 95 Prozent. Es ist es so, dass der Druck der ukrainischen Streitkräfte auf all diese Gebiete in den letzten 14 Tagen stark zugenommen hat. Und ich habe so das Gefühl, dass diesen Provinzen und diesen Provinzchefs, den russischen Militärs generell dort in der Gegend das Wasser bis zum Hals steht. Und dass man jetzt schnell versucht, Nägel mit Köpfen zu machen und deswegen diese Referenten abhalten lässt, mit dem Ziel in die russische Föderation integriert zu werden. Soll dann heißen, dass man sich unter den nuklearen Schutzschild der russischen Föderation begibt, denn gehören diese Provinzen erstmal zu Russland, dann gilt natürlich auch unmittelbar die russische Militärdoktrin, die da besagt, dass man alle Mittel einsetzen kann, die zur Verfügung stehen, um die Existenz der russischen Föderation zu schützen. Und das heißt dann auch, dass ein Einsatz von nuklearen Waffen, also von taktischen Atomwaffen, in den Augen des Kremls legitim wäre. Ich denke, dass diese Eile jetzt damit zusammenhängt. Und ein weiterer Grund, der für Putin wahrscheinlich auch relevant ist, warum diese Referenten jetzt stattfinden, ist, dass man der Ukraine den Krieg erklären kann, wenn diese Gebiete als Teil der russischen Föderation angegriffen werden. Und wenn man erstmal einem Land den Krieg erklärt, dann ist auch die Generalmobilmachung nicht mehr weit. Das heißt, dann würden Zehntausende, Hunderttausende russische Männer zum Wehrdienst herangezogen, zum Kriegsdienst herangezogen. Und dann hätte dieser ganze Konflikt noch einmal eine ganz andere Dimension. Ich betone nochmal, dass wir uns in den Augen von Wladimir Putin im Augenblick in einer Militärspezialoperation befinden, nicht in einem vollumfänglichen Krieg. Doch wenn die Situation sich jetzt so weiterentwickelt, wie augenblicklich eben von uns beobachtet, dann kann das sein, dass der russische Präsident umschaltet auf vollständigen, umfänglichen Krieg. Christoph, gibt es denn schon eine Reaktion, beziehungsweise ein Statement dazu aus dem Kreml? Ja, das Ganze kommt ja aus dem Kreml. Niemand anders denkt sich so etwas aus. Diese ganzen Provinzfürsten in den von mir genannten ukrainischen Provinzen, das sind alles Menschen von Putins Gnaden. Das sind alles Eingesetzte vom Kreml sozusagen Gouverneure oder hohe Beamte, die nichts ohne Rücksprache mit der russischen Staatsmacht machen. Also auch solche Referenten nicht einfach so aus dem Blauen heraus ansetzen. Das ist alles abgesprochen. Und wenn jetzt von allen Seiten da Zustimmung kommt, in Bezug auf diese Referenten hier in Russland, von Außenminister Lavrov, vom Chef der Duma, Walodin, und von vielen anderen, wie zum Beispiel auch Dmitri Medvedev, dem ehemaligen Präsidenten, dann heißt das, dass Wladimir Putin den Startschuss gegeben hat, sein Einverständnis gegeben hat. Und nur so ist es zu verstehen. Und die Reaktion des Kremls, um auf deine Frage zu antworten, ist, wir machen das. Dankeschön, Christoph, für diese ganz aktuellen Einschätzungen aus Moskau. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.